grüß euch meine lieben pfeifenrauer jetzt möchte ich euch mal einen anderen pfeifenmacher vorstellen damit es nicht immer so langweilig wird immer ein und denselben pfeifenmacher vorstelle und zwar möchte ich euch vorstellen eine schöne axel klasner pfeife eine wunderschöne axel klasner pfeife wirklich auch viele leute werden ja den kennen den axel klasner dieser super pfeifenmacher also top und wie man sieht die pfeife ist noch nicht geraucht und ich habe da vorhin festgestellt da ist sogar ein preis schilder drin mal gucken würde es ja soll ich euch den preis verraten also kann man wusste dass diese billig war 230 euro spiele verkehrte ist ja nicht schlecht aber es wird gerne sehr schöne pfeife also wie gesagt ich werde euch ein paar pfeifen vorstellen von axel klasner ohne filter super verarbeitet ich hoffe das video durch wieder gefallen ihr kennt auch die ganzen videos auf youtube anschauen das sage ich jetzt bloß die wo jetzt auf youtube das youtube das jetzt sehen weil ich nur in anderem forum tätig bin also eine wunderschöne axel klasner werde die nächsten paar vorstellen für zeichn habt den schönen feiertag und alles gute